Zwischen Krossen und Mosel will die Landestalsperrenverwaltung derzeit ein Projekt verwirklichen, das zunächst vollkommen unglaublich klingt. Zwei Muldendämme sollen von der einen Seite des Flusses auf die andere gefahren werden. Dazu braucht man neben Baggern, LKW und anderen Baumaschinen vor allem eines, das Verständnis der Anwohner. Welche Ausmaße das Vorhaben hat, erkennt man erst, wenn man selbst auf dem betreffenden Deich steht. Er ist mittlerweile vom Bewuchs befreit und steht nun nackt in der Landschaft und wartet darauf, die Reise zum anderen Muldenufer antreten zu können. Denn dort wird er dringend benötigt. Die Maßnahme, die wir hier sehen, ist ein Teil der Gesamtmaßnahme Hochwasserschutz-Krossen und insbesondere Hochwasserschutz für die zentrale Kläranlage Zwickau. Wir befinden uns hier am sogenannten Projekt M20. Das ist ein Deichabschnitt in Fließrichtung sehen auf der linken Seite der Mulde. Diesen Deichabschnitt, wie man hier sieht, wollen wir zurückbauen. Die ersten Arbeiten sind hier erfolgt. Der Mutterboden ist abgezogen. Der Deich soll dann gemeinsam mit dem Deich, noch ein Deich, der sich hier oberhalb befindet, das sogenannte Projekt Nummer M25, dieses Deichbaumaterial soll dann per Lkw über die öffentliche Straße auf die andere Seite der Mulde transportiert werden und dort für den Bau eines neuen Deichs, eines rückverlegten Deichs, genutzt werden. Diese Arbeiten haben ein Ziel. Im Falle eines Hochwassers soll die Mulde hier zwischen Krossen und Mosel weite Auslaufflächen bekommen, damit der Pegel merklich abgesenkt werden kann. Beim Hochwasser 2013 konnte man auf dramatische Weise sehen, wie nötig es ist, der Mulde Platz zu geben. Die bisherigen Überflutungsflächen waren damals gestrichen voll und die Deiche an ihre Grenzen gestoßen. Unsere Maßnahme, die M30, befindet sich nördlich der Bergehalde, der Bismut. Die Bismut ist ja dabei, dort die Halde zurückzubauen und schafft dort ebenfalls Überflutungsflächen, sodass unsere Maßnahme und deren Maßnahme eine große Überflutungsfläche ist. Das ist ein Maß von ca. 20 Hektar und gemeinsam mit dieser Maßnahme und dieser Überflutungsflächen hier. Hier werden natürlich auch neue Überflutungsflächen geschaffen. Der Deichschutz ist ja dann weg und im Gesamtungsammel dieser Maßnahmen ergibt sich halt diese Wasserspielelagenabsenkung. Die Experten rechnen damit, dass sich der Muldepegel dadurch um 70 Zentimeter senken ließe. Dann wären zwar die Wiesen unter Wasser, wenn die Mulde mal wieder etwas voller ist, aber nicht der gesamte Ort. Eigentlich könnten alle glücklich sein, aber Reibungspunkte gibt es dennoch. Bezüglich der Beräumung dieser überfluteten Fläche gibt es sicher gewisse Probleme. Das ist eigentlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, unser Streitpunkt mit den Eigentümern und Landwirten, weil diese Entschädigungsregelung individuell geregelt werden muss. Aber für Bräumung ist an der Sicht der Eigentümer zuständig. Das ist halt gesetzlich geregelt, dass natürlich keine Freude aufkommt, kann man sich schon vorstellen. Das Vorhaben kostet geschätzte 1,2-1,3 Millionen Euro. Die Bauzeit ist mit einem Jahr veranschlagt.